Eine Insel mit zwei Bergen und dem Fotoatelier In dem letzten macht man Bilder auf dem ersten Boulevard Diese Franken, diese Tiefen, diese Höhen sind bekannt Obwohl man fliegt von den Motiven auf dem schönen Nummer-Land Eine Insel mit zwei Bergen und der Laden von Papa Was, Hosen, Wormons, alles Kleber, E-Schirme Körbel, Hüte, Lappen, Würste, Blumenkohl und Fensterglas Lederhosen, Fokus, Uhren, wieso dauert das? Herzlich Willkommen an Bord von Emma Reich! Der Kapitän Lukas begrüßt Sie recht herzlich auf unserer Fahrt über den großen, weiten Ozean. Wir bitten Sie alle Mobiltelefone auszuschalten, Ihre Rückenlehne in eine kräckrechte Position zu stellen Und alle Schulbücher überhaupt aufzuwerfen Jippie! Volle Kraft voraus! Volle Kraft voraus! Musik 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 Lukas! Was? Warum hältst du denn plötzlich? Scheint. Wir haben die Richtung verloren. Ups. Und warum? Bisher war die Sonne immer links von uns. Und jetzt ist sie plötzlich rechts. Und was heißt das? Keine Ahnung. Aber ich find's komisch. Boah, ey. Da sind wir ja wirklich in der voll krassen Gegend gestrandet. Das kannst du wohl sagen. Ey, 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 ey. Oh, 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 oh. Ey, yeah. Ey, yeah. Ey, yeah. Ey, yeah. Der Karp ist jung und ich will was auch checken. Roll auf die Piste, ich muss Leute erschrecken. Da kommt Schulbus, Kids sind überfluss und alle wollen mich streicheln, doch damit ist jetzt Schluss. Lippe, Muppe, Wutzielein, sei gleich bei seinen Zähnen. Killer, 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 instinktive Folterpläne. Die schlummern in mir, doch ihr streichelt meine Bälle. Ey, 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 ey. Ich hab den Monster-Party mit dem Monster-Blick und meinen Monster-Puff, du gibst mir den Kicking-Männern. Monster, Monster, ich wach euch an, denn ich weiß, wie ihr tickt den Kling ein. Monster, Monster, ich wach euch an, denn ich weiß, was ich will. Ey! Jetzt kann ich ein goldener Drache der Weisheit werden. Ich falle gleich in einen tiefen, tiefen Schlaf und ihr werdet denken, dass ich tot bin. Aber keine Angst, in einem Jahr werde ich wieder erwachen. Frau Meiton, bitte warten Sie, noch nicht einschlafen. Sagen Sie mir noch, wer ich bin, wo ich herkomme. Das ist eine lange, lange Geschichte. Duos Gruppern heap, deine Stege-N份 zu hören. Marissa Jong-un. WatsZimmer. 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 Vielen Dank.